Es geht um die Sicherheit eines Atomkraftwerks und trotzdem wird auch heute rund um Saporizia gekämpft. Dabei ist die Beobachtermission der internationalen Atombehörde IAEA im Süden der Ukraine eingetroffen. Das Team musste durch eine graue Zone. Das klingt wie in Filmen und es ist genauso eine gefährliche Zone zwischen den ukrainischen und den russischen Stellungen. Es ist ein wichtiger Auftrag, aber lebensgefährlich für das Wissenschafterteam. Und dann gibt es noch die illegale Variante, Geld zu sparen beim Heizen und zwar mit Holz. Solche Scheite sind ja dieses Jahr gefühlt aus Holz. Die Preise für Kaminholz, die sind wegen der hohen Nachfrage durch die Decke gegangen. Also benehmen sich einige wie die Axt im Wald und klauen das direkt aus den Wäldern. Und oft fällt das auch gar nicht auf und so verfolgen sie als Polizei mal einen Baum, der von den Tätern direkt geschreddert wird und dann im Holzregal versteckt ist. Also werden jetzt GPS-Tracker im beliebten Stoff versteckt. Kaum ist der Tankrabatt vorbei, steigen die Spritpreise. Kann das Bundeskartellamt eingreifen? Fragen wir gleich den Chef. Grünes Licht für den Omikron-Booster. Die angepassten Impfstoffe können wohl schon Ende nächster Woche verimpft werden. Willkommen zurück in Mittelerde. Heute Nacht startet die neue Herr-der-Ringe-Serie. Die teuerste Produktion aller Zeiten. Muss das sein? Das sind drei unserer Themen heute. Hier ist WDR aktuell mit Katharin Vogel. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Es tut weh. Das nennt man Katerstimmung bei allen Autofahrern. Pünktlich zum Ende des Tankrabatts steigen die Preise an der Tankstelle. Kann man da wirklich gar nichts machen? Das fragen wir gleich den obersten Wettbewerbshüter in Deutschland hier in der Sendung. Schließlich beobachten die doch diesen heftigen Preissprung bei Diesel und E10. Als die Energiesteuer heute Nacht um zwölf wieder auf ihr altes Niveau sprang, sprangen auch die Preise. Obwohl in den Tankstellen sicher noch der alte, günstige Stoff lagerte. Und das Interview haben wir heute am Abend vor dieser Sendung geführt. Lange waren sie ja angekündigt und jetzt kommen sie. Die aufgepimpten Booster, also die ersten Omikron-Impfstoffe. Heute hat die Europäische Arzneimittelbehörde sie zugelassen und schon kommende Woche könnten die ersten Dosen in Spritzen aufgezogen werden. Auch wenn die Stoffe für Varianten entwickelt wurden, die eher verdrängt werden, macht es Sinn, sagen Expertinnen. Also hier ein Überblick. So, jetzt müssen Sie sich leider entscheiden. Auf der Seite der Couch wäre Team Mittelerde, hier Team Westeros, Team Goldener Ring oder Team Drache. So oder so, beides ist dafür gemacht, uns vor dem Fernseher zu knechten und zu gucken. Herr der Ringe und auch Game of Thrones. Beide haben die Film- und Serienlandschaft wirklich massiv verändert, weil sie wahnsinnig aufwendig sind. Und beides wird jetzt in zwei neuen, unfassbar noch teureren Serien fortgeführt. Aber lohnt sich das alles? Welchen Wein trinkt eigentlich der Bundeskanzler gerne? Mag er überhaupt Wein? Wir wissen es nicht, aber auch wenn er lieber Bier trinkt, musste er heute eine Weinrebe pflanzen. Mitten im Ruhrgebiet. An einem Fluss, der früher einer der dreckigsten in Deutschland war. Und jetzt ist alles neu und sauber. Das Megaprojekt Emscher ist endlich fertig. Eine so gute Nachricht, dass sogar der Kanzler gerne teil sein wollte. Gutes Genießen. Und Scholz ist auch nicht direkt wieder nach Berlin gereist. Spritsparen vielleicht. Jedenfalls ging es erst mal noch nach Essen. Kanzlertag im Ruhrgebiet. Inklusive Bürgerdialog auf der Zeche Zollverein. 150 Leute wollten von ihm wissen, wie das eigentlich alles gehen soll, diesen Winter. Wenn das Geld knapp wird und die Energie auch. Die Ermittlungen nach den tödlichen Schüssen aus einer Maschinenpistole auf einen 16-Jährigen in Dortmund sind jetzt ausgeweitet worden. Dabei geht es vor allem um den Einsatz von Pfefferspray und Tasern. Mehrere Punkte des Einsatzes sorgen ja seit Wochen für Kritik. Dabei ging es zum Beispiel um die große Frage, warum die Bodycamps der Polizisten bei all dem nicht eingeschaltet waren. War es ein Suizid oder hat ihn jemand aus dem Fenster gestoßen? In Russland ist ein weiterer Topmanager auf ungeklärte Weise ums Leben gekommen. Nach Agenturinformationen starb der Vorstandschef Maganov des privaten russischen Ölkonzerns Lukoil beim Sturz aus dem Fenster eines Moskauer Krankenhauses. Als Vorsitzender des Ölkonzerns Lukoil gehörte er zu den wenigen, die den Angriff auf die Ukraine öffentlich kritisierten. Erst im Mai starb ein weiterer Lukoil-Manager. Er wurde tot im Keller eines Hauses unweit von Moskau aufgefunden. Meldungen über Todesfälle bei Topmanagern oder auch bei investigativen Journalisten sind keine Seltenheit in Russland. Jetzt mehr Nachrichten vom Heute, kurz und kompakt. So, Thomas Ranft, ich rufe mich so langsam ein. Kastanien-Männchen-Vorstellung, heißer Kakao heute Morgen in Schal. Was kann denn der September so noch? Also der könnte zum Beispiel... ... ... ...